so zu einer weiteren folgen Minecraft wir haben letztes mal gesagt dass wir in die Höhle gehen und dass wir jetzt noch machen aber erst müssen wir freitschreiben ok da unten waren die Höhlen wir haben genug Fackeln aber wir haben nicht mehr arg so viel Platz Slimeboard, nein hab ich nicht müssen wir ein bisschen Scheißdreck rauswerfen, den wollen wir halt nicht brauchen Zuckerranüren mit Wurstrinderfleisch auch, Tintensack hab ich genug ich hab keine Slimeboards nein ich hab keine Slimeboards war das die Höhle? egal gehen wir davon rein und gleich mal Eisen, welch welch Glück und welch Segen auf all meinen Wegen ganz zwei Eisen hallo nein au oh gegner hallo ich dachte grad Creeper lass mich in Ruhe ja da wollte ich eh noch runter also bauen wir erstmal das Eisen da blub 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 geht's da auch noch weiter auf welche Höhe sind denn wir hier auf 52 ist natürlich viel 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 zu viel so aber hier geht's ja runter deswegen bin ich zuversichtlich dass wir wieder einen Rückweg haben dass wir wieder einen Rückweg haben was geht hier so Junge Checker Alter ist das eine mega Höhle ist das eine mega Höhle Hammer geil jetzt können wir hier runter jetzt sind wir praktisch in dem Ding drin Wasser kotzt mich nämlich immer ein bisschen an deswegen mache ich das gleich mal weg weg hin fort mit dir Kohle kann man immer mal brauchen außerdem gibt es Erfahrungen geil da können wir nämlich zuhause uns gleich mal was verzaubern und zwar hatte ich vor mir ein Diamant Oberteil zu machen und das dann zu verzaubern so und da wir das Kohle das Kohle da wir das Kohle Alter abgebaut haben finden wir auch Eisen da meint es jemand gut mit uns obwohl wir eigentlich schon genug Eisen haben sehr viel Eisen haben wir sogar ich denke ich werde mit diesen Spalte hier kühlen kunden lasst mich stück tun wenn meine Bogenfertigkeit ist eins nein keine Farbe mehr wo ist der Mungo-Zombie ich habe Angst vor dieser Spalte hier wow der war schnell down Gott ist die Spalte schlimm Alter was wollen die kleinen bisher Kinder alle von mir ich habe eine Schallplatte gefunden weil ich war halt auch noch mal kurz drin außer von der Aufnahme und da habe ich das dann die Schallplatte halt gekriegt ihr wisst ja wenn ein Skelett einen Creeper abschießt dann gibt es eine Schallplatte das ist ja ganz logisch das wisst ihr alle Alter Verwalter gehen die mir auf die Eier wo ist denn die fucking Spinne jetzt mich verarschen ist doch ein kacke ist doch das aaaah Junge bist du doof bist du scheiße aaaah ich hasse Spinnen dann kommt ihr auch noch immer von oben das ist das Schlimmste Wasser geh endlich weg thank you very much aaaah mit dem Fleisch ich glaube wir sollten mal wieder was essen fällt mit der Gott auf ich sehe die reinste Monsterhöhle ja Alter wird sie mich verarschen ich glaube hier gehe ich ganz schnell wieder raus ich kenne den Typ der da gejoint ist nicht aber ich schreibe ihn trotzdem mal high er ist auf jeden Fall schon mal Siedler schon mal positiv das sind da sind die die noch ein Krieg noch ein Skelett jetzt schießt doch nicht auch noch auf mich die gar nichts getan noch ein Krieg alter alter weiter noch ein Krieg wird nicht auf gleich sagen noch ein Krieg aber das wäre schon eine Sensation weil wir hatten schon lange kein Krieg da ist nur ein Skelett da ist nur ein Skelett Skelett ich rücke dir zu Leibe Stil hier ist diese Fakirloch schon zu Ende da eine Ausleger von dieser Höhle hat mich das anders hier über diese vier rumkommeln aber hier ist ja noch viel mehr da drüben von der anderen Seite der Spalte geht es ja weiter lol wo ist der Zombie eigentlich schon wieder ach da unten na gut kann ich mir nix ich kann auch anders boah lol da hab ich mich grad erschrocken schon wieder so ein scheiß Grinsebär ok dann machen wir jetzt den Grinsebär mal nicht mehr grinsend da ist auch ne mal eine Höhle vielleicht kann ich ihn von hinten angreifen das wäre hinterlistig lass mich raten was es ist kruscheln ich schwörs euch irgendwann kommt der Tag an dem die Creeper Damage machen und ich schwöre mit dem Creeper